Offener Bruch oder Paartherapie, Genitalpilz und Epilepsie, dann geh zu Dr. Alles, dieser Doc hört noch zu, mit seiner Medizin bist du gesund im Nu. Es ist schon wieder Montag, hier ist der Flashback, YouTube News mit Mr. Trashback, Daumen hoch, abonnieren, wenn ihr Bock habt, das war das Intro und jetzt kommt URSAF. Hast du ein paar Fragen, weißt du nicht ein noch aus, dann lass mich dir was raten, der Tipp ist auch frei Haus. Frag doch Frau Schlau-Schlaudi, weißt das ganz genau, now. Und noch viel mehr, yeah. Ich muss clashen, ich muss fighten, meinem Team den Weg bereiten, all for one, jeder für sich, wer Feind ist, war mal Freund für mich, wollt frei wie ein Vogel sein, jetzt bin ich vogelfrei allein, kein Held mehr, doch ein Anti-Held, mich stört's nicht, bald gehört mir die Welt. Jetzt wird gemeckert, denn heute ist der Meckermontag, und das Meckermontag, dann darf man das. Kelly kommentiert, Kommentare. Herzlich Willkommen im neuen Video, wenn es dir gefällt, dann gib ein Daumen hoch, war nirgends bisschen Badam-Da. Ja, danke fürs Zuschauen, ich hoffe es hat euch gefallen und schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ich sowas vielleicht nochmal machen sollte, weil mir hat das richtig viel Spaß gemacht, das rauszusuchen und zu covern und vielleicht habt ihr ja noch ein paar Ideen, vielleicht mache ich ja dann nochmal einen zweiten Teil oder so. Bis zum nächsten Mal, tschüss!